Wer hätte damit gerechnet, haben sie damit gerechnet, nach den wirklich mal harten Forderungen, die auch wirklich, vielleicht wirklich mal was gebracht hätten, wenn man die wirklich so umgesetzt hätte, von Friedrich Merz Ruderdun, der CDU-Chef, schon wieder komplett zurück und sagt auch, diese ganze Forderung mit dem Aufnahmestopp für Menschen aus Syrien und Afghanistan, hat er komplett relativiert und muss auch mal ganz klar sagen, eigentlich hat er schon wieder außer Kraft gesetzt und damit zeigt er auch mal ganz klar, wenn er es noch nicht mal schafft, das Ganze, diese ganzen Forderungen bis nach der Wahl, bis wenigstens mit diesem Bauanfänger-Trick, vielleicht der eine oder andere Bürger meines Tages doch noch dann die CDU gewählt hat, wenn er es nicht mal schafft, das so lange durchzuhalten, ja was denken sie dann, was los ist, wenn der wieder in die Regierung kommt mit der CDU, dann wird das Ganze nur noch zehnmal schlimmer und dass er jetzt zurückrudert, das ist sogar schneller als üblich.